Servus! Was geht los mit den Vorbereitungen? Nein, was heißt hier, es geht los? Eigentlich ist schon eine ganze Zeit lang die Vorbereitung zur Tuning World. Jetzt sind wir aber kurz davor und ich habe jetzt endlich vom 3D-Drucker, also von meinem Konstrukteur, Sachen bekommen für den 3D-Druck. Einmal diese Platte hier. Vom Prinzip her ist dies das Pendant zu dieser hier. Also, eigentlich gehört das vom Vorbereit hier einmal in 3D-Druck und was das mit dem Loch auf sich hat, das sehen wir gleich. So, also stellt euch vor, das hängt an der Felge und das kommt so rein. Und dann ist das hier ähnlich wie eine Turbo. Das zeige ich euch später im Video. So, meine Lieben, es geht los. Wir fangen es packen an. Beziehungsweise jetzt wird Werkzeug gepackt. Bosch Akkuschlagschrauber. So, wir nehmen einen Drehmomentschlüssel mit und zwar hier meinen schönen WIRT-Drehmomentschlüssel. Ganz klar, ein Seitenschneider geht mit. Ein kleines Zänkchen. Taschenlampen. Ein Staubsauger geht noch mit. Hier schön mit Akku. Ein Kleines Zänkchen. Vielen Dank.